Hallo und willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es um Osteoporose, eine Erkrankung, die die Knochen schwächt und brüchig macht. Was ist Osteoporose genau, wie entsteht sie, wie kann man sie erkennen und behandeln und wie kann man ihr vorbeugen? Das erfahren Sie in dieser Episode. Osteoporose bedeutet wörtlich poröser Knochen. Das heißt, dass die Knochen an Dichte und Festigkeit verlieren und leichter brechen können. Die Knochen bestehen aus einem lebendigen Gewebe, das ständig ab- und aufgebaut wird. Dieser Prozess nennt sich Knochenumbau. Wenn der Knochenabbau den Knochenaufbau überwiegt, kommt es zu einem Verlust von Knochenmasse und Struktur. Das macht die Knochen anfälliger für Frakturen, vor allem an der Wirbelsäule, der Hüfte und dem Handgelenk. Osteoporose ist eine häufige Erkrankung, die weltweit etwa 200 Millionen Menschen betrifft. Sie tritt vor allem bei älteren Menschen auf, insbesondere bei Frauen nach den Wechseljahren. Das liegt daran, dass der Hormonspiegel sinkt und die Knochen weniger geschützt sind. Aber auch Männer können an Osteoporose erkranken, vor allem ab dem 70. Lebensjahr. Andere Risikofaktoren für Osteoporose sind genetische Veranlagung, Mangel an Calcium und Vitamin D, Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel, bestimmte Medikamente und Erkrankungen, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen. Osteoporose ist oft eine stille Erkrankung, die keine Symptome verursacht, bis es zu einem Knochenbruch kommt. Deshalb wird sie auch als stummer Dieb bezeichnet, der unbemerkt die Knochen schwächt. Ein Knochenbruch kann sehr schmerzhaft sein und die Lebensqualität und Mobilität einschränken. Außerdem kann er zu weiteren Komplikationen führen, wie Infektionen, Lungenentzündung oder Thrombose. In manchen Fällen kann ein Knochenbruch sogar lebensbedrohlich sein, zum Beispiel wenn er die Blutgefäße oder Organe verletzt. Um Osteoporose zu diagnostizieren, gibt es verschiedene Methoden. Die wichtigste ist die Knochendichte-Messung, die mit einem speziellen Röntgengerät durchgeführt wird. Dabei wird die Menge an Calcium und anderen Mineralien in einem bestimmten Knochenabschnitt gemessen. Das Ergebnis wird als T-Wert ausgedrückt, der angibt, wie stark die Knochendichte von dem Durchschnittswert einer jungen, gesunden Person abweicht. Ein normaler T-Wert liegt zwischen –1 und ±1. Ein T-Wert zwischen –1 und –2,5 deutet auf eine Verminderung der Knochendichte hin, die als Osteopenie bezeichnet wird. Ein T-Wert unter –2,5 bedeutet, dass eine Osteoporose vorliegt. Die Knochendichte-Messung ist schmerzlos und dauert nur wenige Minuten. Sie wird in der Regel an der Lendenwirbelsäule oder der Hüfte durchgeführt, da dort die häufigsten Frakturen auftreten. Die Behandlung von Osteoporose zielt darauf ab, den Knochenverlust zu stoppen oder zu verlangsamen, das Risiko von Frakturen zu verringern und die Schmerzen zu lindern. Die Behandlung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter, dem Geschlecht, dem Schweregrad der Erkrankung, dem Vorhandensein von Frakturen und dem allgemeinen Gesundheitszustand. Die Behandlung umfasst in der Regel Medikamente, die den Knochenabbau hemmen oder den Knochenaufbau fördern, wie Bisphosphonate, Denosumab, Teriparatit oder Ralloxifen. Diese Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden, um wirksam zu sein. Sie können Nebenwirkungen haben, wie Magenbeschwerden, Kiefernekrose oder Osteonekrose des Oberschenkelknochens. Deshalb ist es wichtig, die Medikamente unter ärztlicher Aufsicht und nach Anweisung zu verwenden. Zusätzlich zu Medikamenten, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen, gibt es weitere Maßnahmen zur Förderung der Knochengesundheit. Eine solche Maßnahme ist eine ausgewogene Ernährung, reich an Kalzium und Vitamin D. Kalzium, ein essentieller Baustein für die Knochen, wird aus der Nahrung aufgenommen. Vitamin D unterstützt die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm in den Blutkreislauf und dessen Einbau in die Knochen. Gute Kalziumquellen sind beispielsweise Milchprodukte, grünes Gemüse, Nüsse und Samen. Vitamin D wird teilweise in der Haut gebildet, wenn sie der Sonne ausgesetzt ist und teilweise über die Nahrung aufgenommen. Mögliche Vitamin D-Quellen in der Nahrung sind fetter Fisch, Eier, Pilze und angereicherte Lebensmittel. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist eine weitere wichtige Maßnahme. Sie unterstützt die Nierenfunktion, reduziert die Ausscheidung von Kalzium über den Urin und hilft, den Blutdruck zu regulieren und die Durchblutung der Knochen zu verbessern. Es wird empfohlen, täglich etwa 1,5 bis 2 Liter zu trinken, vorzugsweise Wasser oder ungesüßte Tees. Es ist ebenso wichtig, auf Rauchen und Alkohol zu verzichten, da beide schädlich für die Knochen sind. Rauchen beeinträchtigt die Durchblutung der Knochen, hemmt die Bildung von Vitamin D in der Haut und erhöht den Abbau von Östrogen, einem Hormon, das die Knochen schützt. Alkohol stört den Kalziumstoffwechsel, beeinträchtigt das Gleichgewicht und erhöht das Sturzrisiko. Regelmäßige körperliche Aktivität, die Muskeln und Knochen stärkt, ist ebenfalls eine effektive Maßnahme gegen Osteoporose. Durch Bewegung werden mechanische Reize auf die Knochen ausgeübt, die die Bildung von neuem Knochengewebe anregen. Darüber hinaus verbessert Bewegung die Koordination, Beweglichkeit und Stabilität der Gelenke, was das Sturzrisiko senkt. Geeignete Sportarten sind Wandern, Tanzen, Radfahren oder Krafttraining. Die Schonung der Wirbelsäule und das Vermeiden von Fehlbelastungen sind wesentliche Aspekte bei der Bewältigung von Osteoporose. Eine gute Haltung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Osteoporose kann dazu führen, dass die Wirbelkörper zusammensacken und einen Rundrücken verursachen, der mit Schmerzen und Einschränkungen einhergeht. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, auf eine aufrechte Haltung beim Sitzen, Stehen und Gehen zu achten und regelmäßig Übungen zur Stärkung der Rückenmuskulatur durchzuführen. Darüber hinaus ist die Sturzprophylaxe ein wichtiger Faktor zur Verringerung des Frakturrisikos, da Stürze die häufigste Ursache für Knochenbrüche bei Osteoporose sind. Um Stürze zu vermeiden, sollten Maßnahmen zur Sicherung der Umgebung ergriffen werden. Dazu gehören das Tragen von rutschfesten Schuhen, das Entfernen loser Teppiche, das Sorgen für eine gute Beleuchtung und gegebenenfalls die Verwendung von Hilfsmitteln wie G-Stock oder Rollator. Schließlich kann bei Bedarf eine Schmerztherapie in Anspruch genommen werden, um Beschwerden zu lindern. Osteoporose kann zu chronischen Schmerzen führen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Zur Linderung der Schmerzen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, darunter Schmerzmittel, Wärme- oder Kälteanwendungen, Massagen, Akupunktur und Entspannungstechniken. Diese Maßnahmen können nicht nur zur Behandlung von Osteoporose beitragen, sondern auch zur Vorbeugung der Krankheit dienen. Je früher mit diesen Maßnahmen begonnen wird, desto besser können die Knochen geschützt und erhalten werden. Osteoporose ist eine ernste Erkrankung, die die Knochen schwächt und brüchig macht. Sie kann zu schmerzhaften und gefährlichen Frakturen führen, die die Lebensqualität und Mobilität beeinträchtigen. Osteoporose kann nicht geheilt werden, aber sie kann behandelt und verlangsamt werden. Mit einer frühzeitigen Diagnose, einer angemessenen Therapie und einem gesunden Lebensstil kann man die Folgen von Osteoporose minimieren und das Risiko von Frakturen reduzieren. Osteoporose ist kein Schicksal, sondern eine Herausforderung, die man mit Wissen und Willen bewältigen kann. Das war unsere heutige Episode. Wir hoffen, dass Sie etwas Neues gelernt haben und dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und glücklich.